Durable Lightweight Structure wurde von uns entwickelt, um unsere Produkte leichter zu machen, ohne dabei an Langlebigkeit und Robustheit zu verlieren. Solche Produkte entsprechen einem sehr grossen Bedürfnis. Leichte Schirme liegen zwar im Trend, viele Piloten möchten jedoch die damit verbundenen Nachteile nicht in Kauf nehmen. Die Ultra-Leichtschirme erfordern eine erhöhte Sorgfalt im Umgang und sie können sich bei starkem Bebrauch nachhaltig verformen. Wir bei Atmas verfügen über viel Erfahrung in der strukturellen Gewichtsoptimierung. Unsere Schirme in der normalen Ausführung gehören schon seit Jahren zu den leichtesten ihrer Kategorie. Deshalb haben die Medien unsere Produkte irgendwann als semi-light bezeichnet. Auf der anderen Seite verfügen wir auch über viel Erfahrung im Extremleichtbau. Aufgrund all unserer Teilnahmen an den X-Alps. Mit DLS bringen wir jetzt semi-light auf ein neues Level. Eine ganze Menge von Maßnahmen summiert sich zu einer beträchtlichen Gewichtsersparnis. Einerseits geht es immer um den richtigen Materialeinsatz. Eine der heiklesten Komponenten sind die Rippen des Gleitschirmes. Diese sind recht anfällig auf Verformung und Verzug. Auf dieser Verformungsanalyse sind die deutlich höheren Beanspruchungen der aufgehängten Rippen gut zu erkennen. Bei stark beanspruchten Komponenten gehen wir keine Kompromisse ein. Hier werden robuste und bewährte Materialien eingesetzt. So auch bei der Eintrittskante und auf dem Obersegel. Das Untersegel wird hingegen sehr wenig beansprucht. Dieses wird neu aus leichterem 27-Gramm-Tuch gefertigt. Gewicht kann insbesondere auch eingespart werden, indem weniger Material verbaut wird. Hier geht es vor allem um geometrische Optimierung von Bauteilen. Diese müssen jedoch so erfolgen, dass die Festigkeit der Bauteile nicht beeinträchtigt wird. Wir können solche Optimierungen mit Hilfe unserer Software berechnen und herleiten. Auch die Tragegurte bieten ein großes Potenzial. Mit den neu entwickelten Leichtragegurten lassen sich noch mal mindestens 150 Gramm einsparen. Diese Gurte sind optional erhältlich. Auch Compress-Back und Rucksack wurden von Patrick auf das DLS-Konzept angepasst. Mit all diesen Maßnahmen sind unsere DLS-Modelle deutlich leichter als unsere bisherigen Similite-Modelle. Gleitschimmer in DLS-Qualität gehören nun zur Kategorie der Leichtschimmer, verfügen jedoch über die Robustheit und Langlebigkeit von herkömmlichen Produkten.